Das hier ist der Blue Kamikaze Shot. Hierfür geben wir in gleichen Teilen Wodka, Blue Curacao Liqueur und Limettensaft in einen Shaker mit Eiswürfeln und shaken alles einmal gut durch. Dann kommt der spaßige Teil. Wir packen uns unsere Shot Gläser und seien das Ganze in die Gläser ab und schon habt ihr eure Shots. Gönnt euch. Cheers!